Wir haben es mit zwei großen Themenkomplexen zu tun. Einerseits wirklich Kriminalität, wie es auch jetzt bei den Vortragenden eindrucksvoll geschildert wurde. Und dann auf der anderen Seite Unternehmen. Und das ist es, was uns natürlich besonders zornig macht. Diese Multis, die sich ihre eigenen Regeln geschaffen haben. Dass wirklich große Unternehmen sich ihr eigenes Recht irgendwie dadurch auch ihre eigenen Steuersysteme geschaffen haben. Und die ganz Großen, die machen sich letztlich ihre Systeme, ihre Steuersysteme selbst. Ich kann mir Aktionäre kaufen. Das sind dann rechtlich gesehen richtige Aktionäre. Aber das sind nur Schein-Aktionäre. Weil die sind ja dann wieder diejenigen, die mehr oder weniger nur offiziell den Namen herhalten. Und das soll alles rechtens sein. Was allerdings sind jetzt die ganz konkreten Maßnahmen, die wir im Europäischen Parlament, aber immer nur gemeinsam im Schulterschluss mit den nationalen Regierungen einfordern? Das erste, Transparenz. Transparenz. Beide Redner haben es gesagt, aber vor allem Herr Murphy. Ein anderer Aspekt und ich glaube, ich sollte nicht zu lang sein in der Einführung. Wir werden dann sicherlich viele andere Punkte noch ansprechen können, der für mich sehr, sehr wichtig ist. Das ist der Schutz der Whistleblower. Und dann schließlich noch, das ist der letzte Punkt, nur ganz kurz, die Unternehmensregister, die ebenfalls angesprochen worden sind, die so wichtig sind. Beide Redner, die auch mit der Weileblower. Und dann schließlich noch, das ist der letzte Punkt, das ist der ganze Zeit. Und dann geht's gut. Und dann geht's gut. Und dann geht's gut, dass wir die Nachricht, die auch mit der Weileblower. Und dann geht's gut. Und dann geht's gut. Und dann geht's gut. Untertitelung des ZDF, 2020